Ja, grüß Sie, der Ostbahn spricht. Radio Wien präsentiert Ostbahn-Kurte und die Chef-Partie-Kombo live. Warum? Ja, weil mich die Leute so lieb gefragt haben, drum aus Freundlichkeit. Das Konzert am 27. August ist bereits ausverkauft. Aber am 28. wiederholen wir das Ganze, damit alle Platz haben. Ostbahn-Kurte, das Konzert auf der Kaiserwiese. Wir spielen, was ihr gerne hören tut. Seine alten Klassiker. Seine größten Hits. Fast alles, weil ich nicht mehr reden können werde. Infos auch auf wien.orf.at und beim Radio Wien Servicetelefon 89 9 95 3. Ostbahn-Kurte und die Chef-Partie-Kombo. Das Zusatzkonzert am 28. August. Ich würde mich freuen, wenn es alle kommt. Präsentiert von Radio Wien.